Meditation, inneres Leuchtfeuer Schließe deine Augen Sobald du deine äußeren Augen schließt, betrittst du die inneren Heiligtümer deiner Seele. Nimm mir eine bequeme Meditationshaltung ein, im Sitzen oder im Liegen. Atme ein paar Mal tief durch deinen Bauch ein und wieder aus. Tief durch deinen Bauch ein und wieder ausatmen. Mit jedem tiefen Atemzug kommst du mehr und mehr an zu dir selbst. Fühle, spüre die Präsenz deines Seins. Spüre das sanfte Einströmen deines Atems und das sanfte Ausströmen deines Atems. Sanftes Einströmen und sanftes Ausströmen deines Atems. Spüre die Verbindung zur Erde. Und dann gebe deinem Körper die Erlaubnis, nochmal bewusst loszulassen. Von den Fersen bis zum Scheitel ist dein ganzer Körper vollkommen entspannt. Dein Körper ist vollkommen entspannt. Es beginnt in dir. Breite deine Flügel aus und öffne dein Bewusstsein und werde wieder eins mit der Essenz, aus der du entstanden bist. Aus dem Licht und der Liebe der Erschöpfung kannst du dieses innere Leuchtfeuer entfachen. Stelle dir vor, wie es sich emporhebt aus der Matrix, die dich noch gefangen hält. Dieses Leuchtfeuer beginnt immer mehr in dir, sich zu entfalten. Es breitet sich aus über deinen Körper hinaus, um alles aus deinem Energiefeld, aus deiner Aura zu reinigen. Spüre, fühle diese unbändige Kraft, die sich durch dich zu manifestieren beginnt. Es reinigt all deine Energie, um in der Materie das zu zeigen, wozu du hier bist. Es ist jetzt die Zeit für den Wandel. Fühle, wie das Leuchtfeuer all deine inneren Organe von allem Negativen befreit. Wie dein physischer Körper mehr und mehr beginnt, sich zu stärken und zu befreien von allem Unrat. Spüre, fühle, wie all das wieder zu erstrahlen beginnt, für das deine Seele wirklich brennt. Dafür bist du hier, um das leben zu können und damit der Welt zu dienen. Dieses innere Leuchtfeuer entfesselt alles in dir, das dich noch daran hindert, dein wahres Sein zu offenbaren. Es bleibt nichts als Asche übrig. Das Alte, das dir nicht mehr dienlich ist und aus all deinem frühen Leben in deinen Zellen noch verankert ist, wird weichen, um Platz zu schaffen für das, was Gott durch dich hier auf Planet Erde manifestieren möchte. Und genau aus diesem Grund hast du all das von Beginn der Zeit auf dich genommen. Du wundervolle Seele, ohne dich könnte sich das Göttliche hier nicht ausbreiten. Erkenne deine wahre Größe, deine Macht, deine Kraft und nutze diese Wertzeuge sehr weise und wir Engel und alle Lichtwesen werden dir dabei helfen. Wir helfen dir, das umzusetzen. Du warst nie allein und wirst nie alleine sein. Wir begleiten dich auf all deinen Wegen, du wundervolle Seele. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020